Ja, liebe YouTube-Freunde, Freitagabend, Bauerhause in Erzigen bei Firmen Althaus. Dort ist grosse Ausstellung dieses Wochenende. Und wir werden da in die Bar stechen, man hört die Musik. Ja, liebe YouTube-Freunde, der Bauerhause trinkt zum Abschluss der Kartoffelsaison noch ein Whisky-Cola. Ja, rush! Jetzt stoßen wir da mit dem Martin.